Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Taran Konflikt. So, dann bauen wir jetzt die Squash Minen Anlage hierher. Ach, sieht's nicht hübsch aus. So. Und dann war Split Sonnenkraftwerk M. Gab's das nicht hier unten? Split Sonnenkraftwerk M. Sonnenkraftwerk M, genau. Lock an. Betrug des Patriarchen. So. Lager. Okay, du wartest dann dort auf die Kollegen. Die müssten ja jetzt schon alle unterwegs sein. Da sind sie. Wobei ich natürlich dem Frachter dir kann ich sagen, dass du hierher fliegst. So, und dann müssen wir vielleicht, dann sollte ich vielleicht auch mal langsam noch mal ein paar Komplexbausätze kaufen, um meine Fabrik weiter zu bauen. Ich schaue noch mal zu den Händlern, ob hier einer beförderungswürdig ist. Oh, hat sie einen zerstört. Eingehende Nachricht Da fehlt auch einer Eingehende Nachricht Okay, ähm Wo ist denn da ganz Große hin? Lager? Da ist er doch. TS Energie? Wo ist denn da hin? Eingehende Nachricht Wieso taucht denn da hier nicht auf? Wieso tauchst du hier nicht auf, mein Freund? Eingehende Nachricht Was ist denn dein Auftrag? Glocke an Wieso fliegst denn du nach Hause? Warum denn das? Energiezellen, Kampfdrohnen? Du sollst doch Universum-Sendler machen Man weiß, was ich mit dir vorhatte Jetzt weiß ich es nicht mehr Egal Okay Dann fliege ich jetzt noch erstmal zur fortwährende Sünde Eingehende Nachricht Dass ich hier diesen Diesen Sektor habe ich mir nämlich jetzt schon als erforscht markiert Und wenn ich jetzt die Satelliten nicht aussetze, dann vergesse ich das Das wäre ja Fräflich wäre das ja Weil ich das nicht machen würde Deswegen machen wir das jetzt gleich So, wieder zurückfliegen Oh Da war eine Baumission Die muss ich mir nochmal angucken gleich Ah ne, komm jetzt Mache ich erstmal Ich kann doch hier Ein Erreiche System Fortwährende Sünde So, fortwährende Sünde Gelandete Schiffe Warentausch Kampfdrohne Hast du vier Stück drin? Das reicht Hast du Satelliten drin? Ne, wir nehmen mal lieber den, ja Warentausch Fünf Kampfdrohnen Energiezellen Satelliten Satelliten brauchst du Wo sind die Satelliten? Ah, 160 Stücke Und dann kriegst du mal noch So Ich halte das mal an Kann ich jetzt nicht Gehe zur Position Kann ich jetzt langsamer werden? Ne Okay, da fliegst du mal dahin Kommando akzeptiert Und ich Fliege hier zurück Sprungantrieb wird geladen 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% Da ist wohl gar nichts Da ist wohl gar nichts und fortwährende Sünde oder was? Auf jeden Fall ist da ein Nividium Äh, Asteroi... 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 Asteroid Deswegen wirst du gleich mal scannen Okay, mal sehen, ob du das jetzt auch getan hast Genau, okay Dann kannst du Navigation Hast du keine Erkundungssoftware? Das ist ja doof Okay Wo war jetzt hier die Mission? Es gibt sogar mehrere Schokau Warntausch mit Demeter Der Sprungantrieb Da kommt zu dir Sprungantrieb Und dann brauchst du noch Kampfdrohnen Wie jetzt... Ach doch, da sind noch welche Und dann Brauchst du wieder einen Sprungantrieb Da ist er Sprungantrieb Transferiert Kommando akzeptiert Du folgst mir mal Jetzt gucke ich mal hier nach den Aufträgen Sie sprechen mit dem Automatis... Was für alle benötigten Informationen Werden gehört Sie sprechen mit dem Automatis... Du Verkauf Verkauf Sie was Das ist mir zu teuer Handel Ruderoptimierung Installiert Triebwerks-Tuning Installiert Boost-Erweiterung Installiert Handelscomputer-Erweiterung Installiert Kampfsoftware Kampfsoftware MK2 Mineralien-Kollektor Installiert Navigationssoftware MK1 Installiert Sohohoho Spezialsoftware MK1 Okay Eingehende Nachricht Gelandete Schiffe Nee Warte mal Finde auf Sektorkarte Gelandete Schiffe Wieso bist du da Wieso bist du da Achtet Alles klar Da habe ich wahrscheinlich vorhin Aus Versehen den Universum-Sender dahin geschickt Warntausch mit Kampfdrohne MK2 Transferiert Kampfdrohne MK2 Transferiert Kampfdrohne MK2 Transferiert Eingehende Nachricht Eingehende Nachricht Kampfdrohne MK2 Eingehende Nachricht Kampfdrohne MK2 Transferiert Eingehende Nachricht Okay Jetzt schaue ich erst mal, was du hier noch Schönes hast. Okay. So. Was habt ihr noch? Das sieht sehr profitabel aus. Anhalten. Speichern. So. Und jetzt schaue ich mal, wer hier was will von mir. Erst mal gucke ich nach Mission. Okay, 50 Minuten. Dich habe ich doch jetzt schon fertig gemacht, ne? Genau. Du wolltest hier. Du müsstest doch erst genug. Fünf Goblins, genau. Könnt ihr auch reparieren jetzt. Mal gucken, wo steht das? Genau. Goblins können reparieren. Dann bist du fertig. Handel. Ruder optimieren. Triebwerks-Tuning. Boost-Erweiterung. In Handelscomputer erweitern. Kampfsoft. Kampfsoftware. Mineralien. Navigationssoftware. MK. Spezialsoftware. So. Dann kriegst du auch das noch. Kampfdrohne. Bergungskampfdrohne. Waffensysteme. Waffensysteme installiert. Triebwerks-Ruderoptimierung. So, das machen wir schnell fertig. Kampfsoftware. Mineralien-Kollektor. Navigationssoftware. MK1. Installiert. So. Spät. Spät. Na? Kampfdrohne. Bergungskampfdrohne. Waffensysteme installiert. Sss. Ahem. Ruder-Optriebwerks-Tuning. Boost-Erweiterung. Installiert. Handelscomputer-Erweiterung. Kampf-Verkampfsoftware. MK2. Mineralien-Kollektor. Wie gesagt, den Mineralien-Kollektor, den brauche ich, damit die Drohnen schneller abgeschossen werden. Und die Spezialsoftware, falls ich mal einen Piloten umsetzen möchte. Kampfdrohne. Bergungskrew. Kampfdrohne. Waffensysteme installiert. So. Wie gesagt, Laderraum mache ich nicht. Was ist, Frachtraum geschissen? Piloten, der Schiffe und der Scanner ausgestattet sind. Ähm. Ja, Frachtraum ist mir zu teuer. Das kaufen die sich selber, wenn sie gut genug sind. Mineralien-Kollektor. Ins Navigationssoftware. Im Frachtraum geschissen. Kampfdrohne. Kampfdrohne. Waffensysteme. Okay, du noch. Triebwerksroderoptimierung. Boost-Erweiterung. Handelscomputer. Kampf-Software. MK2. Mineralien-Kollektor. Navigationssoftware. So, die auch noch. Kampfdrohne. Kampfdrohne. Waffensysteme installiert. Ähm. Eigentlich müsste mein Transporter auch langsam da sein. Computer-Erweiterung. Kampf-Software. Mineralien-Kollektor. Navigations-Spezialsoftware. MK1. Kampfdrohne. Kampfdrohne. Waffensysteme installiert. Ähm. Okay. Den brauche ich natürlich nicht tun. Den Merkur, da wird er eh auseinander gebaut. Zwar nicht heute Morgen. Aber irgendwann mal, wenn ich das Geld habe. Kampfdrohne. Berg- und Kampfdrohne. Waffensysteme installiert. Ruder-Optimierung installiert. Ruder-Optimierung. Boost-Erweiterung. Handels-Computer. Kampf-Software. Mineralien-Navigation. So. Kampfdrohne. Berg-Kampfdrohne. Waffensysteme installiert. Aha, okay. Was brauchen wir? Ein Sonnenkraftwerk M. Sonnenkraftwerk M. Äh, habe ich noch einen Split. Raketenfabrikummel. Habt ihr die? Habt ihr eine? Ah, da ist sie doch. Noch ein Split. Nein. Ähm, du bist in Zitadelle des Herzogs. Gehe zur Position. Okay. Aha. Okay. In dem Sektor her. Kehr. Aha, genau. Okay. Marines werden weiter trainiert. Geld habe ich jetzt noch. 77 Melonen. So, du wolltest mir was geben. Warentausch. Energiezellen. Energiezellen transferiert. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. So, und du kannst jetzt die Station... Was war das Sonnenkraftwerk, hä? Halt. Atmosphären-Transporter. Fracht. Sonnenkraftwerk. Bauen. Bauen. Eingehende Nachricht. Okay, jetzt, äh... Das Raketenfabrik Hummel. Du musst in heiliges Relikt. Gehe zur Position. Kommando akzeptiert. So, und dann schaue ich mal. Fortwährende Sünde. Oh, ihr seid ja fertig. Fracht. Docke an. Ach, wo war das? Wie hieß das Sektor? Zweifel des... Wo gibt es denn jetzt die Erkundungssoftware? Schiffsausrüstung. Erkundungssoftware. Die Erkundungssoftware wurde von Tiefraumforschern... Sieh aus Backzuit. Sieh aus Backzuit. Sieh aus Backzuit. Und... Dir sagen wir das auch. Eingehende Nachricht. Sieh aus Backzuit. War das jetzt richtig? Werde ich dann merken. Kommando akzeptiert. Oh, das hat Geld gekostet. Alle meine gelandeten Schiffe. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Oh, das hat Geld gekostet. 82 habe ich noch. Okay, gut. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Okay. Ähm... Eine Stunde. Ich gucke erst mal zu meinen Händlern. Ah, herzlichen Glückwunsch! Zur Beförderung. Kommando akzeptiert. Haben wir noch einen? Nee. So. Ähm... Dann gucke ich mal hierher. Autofolge. Sprungantrieb wird geladen. Und dann bauen wir die Station. Und als nächstes... ...werde ich dann... ...meine Fabrik wieder ein bisschen verbinden. Dass die wieder ein bisschen produzieren kann. Ich habe gerade gehört, mein Handy piepst die ganze Zeit hier. Das werde ich mal auf laut losstellen. Okay. Fracht. Dann bau das mal hier hin. Eingehende Nachricht. Autopilot... Anhalten. Jetzt brauche ich... Argonen-Erschütterungs-Impulsgenerator-Schmiede. Omikron-Lyre vielleicht? Aufwerfen sind das Herz und die Seele der Zahn. Da ist er doch. Neun Millionen. Omikron-Lyre. Andock erlaubt eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Handel. Eingehende Nachricht. Du hast ein. Andock erlaubt. Erlaubt. Kommando akzeptiert. Du hast kein. Und du auch nicht, wa? Genau. Okay. Aha. Du kannst dir die Erkundungssoftware kaufen. Warum ist er? Da ist er. Sonst hast du alles. Okay. Wie viel Fracht hast du denn jetzt noch? Energiezellen. Ähm. Halt. Doch. Navigation. Äh. Asteroiden-Scan. Alle. In fortwährende Sünde. Kommando akzeptiert. Und du brauchst noch die Erkundungssoftware. Digitales Sieg. Eingehende Nachricht. Fracht. Docker an. Eingehende Nachricht. Du kaufst dir erstmal Energiezellen. Andock erlaubnis erteilt. Merkur Prototyp. Eingehende Nachricht. Ausrüster Beta. Finde auf Sektorkarte. Docker an. Du fliegst wieder hierher. Schaue ich hier nochmal nach Mission. Was soll ich denn hierher bauen? Wo bin ich denn hier? Heiliges Relikt. Egal. Jetzt mache ich erstmal die anderen immer schön der Reihe nach. Okay. Jetzt gucke ich nochmal hier. Mission. Ob es hier was schönes gibt. Okay. Wo war jetzt mein Schiff? Hast du jetzt Kampftrohner? Okay. Gehe zur Position. Irgendwohin? Irgendwohin? So, dann kannst du dich nämlich mal reparieren. Genau. Ihr repariert jetzt die Demeter. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz. Du hast ja noch gar keine Energiezellen. Schiffe. Folge. Folge. Zitadelle des Herzogs. Du gibst dir natürlich Kommando akzeptiert. Energiezellen. So, eine Nachricht. Aha. Okay. Du willst Erschütterungsimpulsgenerator kaufen. Dann tu das. Habe ich noch Akkuen? Paraniten, 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 Paraniten. Ach Gott. Die wollen aber viel bauen, die Paraniten. Und du sollst bauen. Heiliges Relikt. Gehe zur Position. Heiliges Relikt. Das ist noch weiter unten hier. Da musst du hin. Ich fliege mal hier. Ich fliege mal weg vom Tor. Oh, warte mal. Das mache ich jetzt nicht. Nicht, dass ihr meinen Atmosphärentransporter dich killt. So. Ich muss hier bauen. Erschütterungsimpulsgenerator. Bauen. Okay. Und jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Das bedeutet, ich werde offline. Ähm. Ein bisschen meine Station wieder verbinden. Das will ich euch wirklich nicht antun. Erfolge mir. Äh. Das ist wahrscheinlich wirklich zu langweilig. Den Kea lasse ich jetzt hier. Andocken. Geld. 91 Millionen. Ähm. Hier beförderungsfähig ist hier niemand. Und wenn ich nebenbei. Ah ne. Die Händler. Die schicke ich nachher mit euch zusammen weg. Und äh. Ich baue jetzt erst mal noch ein bisschen. Gehe zur Position. Egal. Irgendwo hier hin. Das mache ich dann offline. Offline. Autopilot aktiviert. Ohne euch. Das ist nun nicht so interessant. Bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Äh. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.